Hi! Viele von euch wissen vielleicht gar nicht, dass es außerhalb der normalen Werdung bei der USE Challenge jetzt seit mehreren Jahren auch einen Sonderpreis gibt. Der sogenannte Bergkönig oder die Bergkönigin. Das heißt, der oder diejenige wird Bergkönig bzw. Bergkönigin, der es schafft, am schnellsten mit dem Rad den Hochwald zu erklimmen. Der Preis wird verliehen in der Classic- und Xterra-Kategorie jeweils für männlich und weiblich. Und was der Preis bedeutet bzw. wie der aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Sollte 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 So und wenn ihr an diesem Teil der Strecke angekommen seid und vom See bis zum Hochwaldturmbaude die schnellste Zeit hingelegt habt, dann seid ihr Bergkönig bzw. Bergkönigin und könnt diese schöne versilberte Fahrradkette gewinnen. Sollte 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 Vielen Dank.